hallo leute und willkommen hier bei me apple cat ja schaut euch mal das an mein lego bauplatz ist belegt also echt skandal dabei wollte ich doch hier das castle crayskull weiterbauen naja okay man muss auch mal gönnen können also ziehen wir uns einfach zurück ja auf den kleinen lego baubereich und da wären wir auch schon da hier im me apple cat büro studio ja da bauen wir jetzt einfach mal weiter und hier könnt ihr noch mal sehen wie weit wir bereits gekommen sind in den ersten beiden videos hier haben wir das castle crayskull bauabschnitt nummer eins war hier der eingangsbereich mit dem tollen schädel bauabschnitt nummer zwei war hier dieser hervorragende turm in dem sich dann auch hier unten das gefängnis befindet sieht alles schon sehr sehr toll aus macht megamäßig viel spaß ein super tolles set und deswegen bauen wir jetzt direkt weiter und zwar mit dem bauabschnitt nummer drei kommt dann hier an die seite noch ein turm dran mit laser kanone auf der oberseite aber dafür müssen wir erst noch mal die box nummer drei öffnen denn da stecken die ganzen teile drin und noch mal zur übersicht wir sind auf seite 78 stehen geblieben im letzten video das ist der turm den wir gebaut haben und das ist der der jetzt in diesem abschnitt hier gebaut wird und dafür brauchen wir tüte 27 und 28 und die kram ich mir hier mal raus wenn ihr den restlichen bau oder den früheren bau noch nicht gesehen habe freunde ich verlinke euch die komplette playlist hier unten in der video beschreibung dort könnt ihr euch das gerne noch mal anschauen das hier wird nämlich ein längeres video oder sagen wir eine längere video reihe werden es sind ja schließlich ja 3500 teile und jetzt kram ich mir hier mal die passenden tüten raus ihr seht es sind einige und dann machen wir direkt mal weiter dass hier noch ein türmchen dran kommt die tütchen sind verbaut der grundstein ist gelegt ich fasse mich ganz kurz ich konnte nicht alles in den tüten finden musste dann auch hier hinten mal in der ja quasi ersatzteil kiste kramen da waren also auch teile drin die ich hierfür gebraucht habe es waren wieder teile aus der unnummerierten tüte wir kennen das ja schon mittlerweile auf jeden fall wir haben hier noch mal wunderbar diese schroffen stein ansätze hier unten gebaut sieht genauso gut aus wie schon in dem anderen turm den wir haben alles sehr sehr ähnlich tolle optik mal wieder finde ich echt schön habe ich schon oft genug gesagt innen drin finden wir hier so ein trainings gerät ja wo man dann irgendwie dagegen schlagen kann und muss dann ausweichen das haben wir auch gebaut schöne reminiscenz an das original set gab es nämlich dort auch ebenfalls schon und ja viel mehr ist noch nicht zu sehen ein paar wände und jetzt wird hier in bekannter manier mit den tüten 29 30 31 da habe ich sie schon liegen die drei tüten jetzt wird hier in bekannter manier hoch gebaut und zwar wieder mit dieser bautechnik wo man diese schräge dann zurecht biegen kann damit das dann nachher richtig schön aussieht genauso wie eben hier und ja kennen wir schon hat spaß gemacht machen wir direkt mal weiter so leute jetzt habe ich jemand richtig durchgezogen und gemauert 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 ja ihr seht mein turm ist nahezu fertig ich habe jetzt zwei bauabschnitte direkt mal hintereinander durchgezogen bin bei step 304 das ist der nächste bei tüte 34 und schon auf seite 102 so schauen wir doch mal drüber also hier unten die steinformation die kennt ihr ja schon dann hier die typische weise wie hier die wände hochgezogen werden auch das habe ich euch bereits im letzten abschnitt gezeigt eine sehr schöne baumethode was hier allerdings jetzt neu noch dazu gekommen ist um etwas wie ich sag mal abwechslung ins spiel rein zu bringen das sind leicht abgerundete steine und einen haben wir davon hier das sind also so halb runde steine hinten sind die ganz normal flach und vorne rum dann abgerundet und ja somit bringt man noch etwas mehr abwechslung und struktur hier rein also hier haben wir ein hier haben wir ein die die normalen einmal einser rund die einmal zweier dann noch mal so ein paar anders farbiger einmal zweier mit diesen schicken abgeschreckten kanten und schon sieht das ganze mauerwerk doch äußerst interessant aus und wir haben hier auch einen weg gebaut auch sehr schön hier unten mit diesen überhängen also das sieht alles sehr sehr schick aus alles total felsig gefällt mir total das macht mir spaß erst mal das zu bauen und auch mir das anzuschauen naja und der weg hier der hat natürlich einen gewissen sinn und zweck den kann man hier entlang gehen und was haben wir denn da ja eine geheimtür und dort können wir dann rein schlüpfen ins innere obwohl ja da ist noch gar nichts los also tür noch mal schnell zu wir schauen mal nach innen tote hose sehr dunkel und ja im erdgeschoss wie gesagt unser trainingsgerät gehen wir noch mal ganz nach oben dort haben wir hier schon eine aufnahme gebaut da kommt die laserwaffe drauf und hier haben wir die ganzen zinnen die ganzen burg zinnen ja und die wurden hier auch ihr könnt das hier hinten vielleicht sehen mit solchen c-clamps zusammengesteckt in form gebogen und dann hier oben drauf gesteckt und von außen sehen die dann so aus sehr sehr coole optik auch diese zerklüftete optik hier wieder mit diesen ganzen abgeschreckten fliesen sieht super aus sieht richtig richtig super aus finde ich auf jeden fall es gab allerdings hier nicht allzu viel zu berichten die bautechniken sind klar nicht allzu schwierig und ja und dann wird hier halt gebaut 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 bis man oben ist so aber jetzt kommt hier noch zum schluss die bewaffnung obendrauf die finden wir in der tüte nummer 34 da kommt noch die laserwaffe drauf und anschließend können wir hochzeit spielen und dann kommt dieses schicke kleine türmchen hier zu seinen freunden sehr schön und so sieht dann unsere laser kanone raus relativ simpel hier mit ein paar teilchen zusammengesteckt aber von der optik her passt das schon sieht ganz nett aus hier auf der unterseite haben wir diesen kleinen nipsel und mit dem sollen wir das dann hier oben auf dem turm befestigen also dort rein stecken also nipsel dort rein damit sich das teil dann auch noch drehen kann aber ich habe das hier oben auf dem turm befestigen also dort rein stecken also nipsel dort rein ich habe da so ein kleines problemchen mit nämlich wenn ich was drauf stecke ihr seht schon das rastet nicht ein das ist hier total locker drauf und man kann sofort wieder runter nehmen ich habe schon diese kleine fliese hier oder den stein da ausgebaut um zu schauen ob ich die richtig zusammenstecken kann aber irgendwie ja wills nicht halten auch nicht mit gewalt also ich kann es hier echt nur so locker drauf setzen und dann baumelt das hier irgendwie so rum ich glaube ich werde das später hier ein bisschen fixieren hier noch ein steinchen drunter setzen damit das hier nicht runter fällt das so gefällt mir jetzt nicht so ganz gut kann sein dass das ein produktionsfehler ist oder wenn ihr auch sowas gebaut habt schon hier das castle greyskull schreibt es mir mal ob das bei euch genauso ist oder auch bei euch hier alles gut einrastet und schön fest zusammensteckt da ist es wieder abgefallen naja egal das sind die teile die übrig geblieben sind in dem bauabschnitt und jetzt wird wie angekündigt hochzeit gefeiert und dafür brauchen wir die drei teile hier denn damit wird das ganze hier verbunden mit unserem hauptgebäude und das machen wir jetzt hier mal zusammen ich stelle es mal hier rüber und dann kommt unser neuer atom und der wird dann auch ganz cool hier in der anleitung gezeigt die haben sich da echt gedanken gemacht beim bauen ich meine muss ja schließlich haben wir hier zwei pinne die dann auch hier rein kommen das sind diese beiden pinne hier die dann eben hier in dieser aufnahme schon mal rein kommen und jetzt ist das tor aufgefallen soll ich schiebe die schon mal zusammen und dann haben wir hier schon mal die erste verbindung durch diese pinne geschaffen natürlich muss das jetzt noch ein bisschen verstärkt werden ist ja klar und das machen wir hier mit den 1x3er platten da kommt nämlich eine einmal hier unten drüber und noch eine etage höher machen wir hier noch so eine platte drüber und dann haben wir hier eine echt feste verbindung damit wenn ich sie jetzt hier mal rein bekomme so muss es sein also hier noch eine platte da eine platte hier die nipsis und dann haben wir noch eine kleine verbindung hier für die vorderseite dafür muss ich einmal hier unser komplettes castle drehen und wir haben noch einmal hier diesen schrägstein und der kommt dann genau hier drüber muss man auch glaube ich ein bisschen sich zurecht drücken das ganze dann haben wir hier an vier verbindungsstellen dann das ganze hier zusammengebaut oder passt sofort wunderbar und schon ist das hier eine solide geschichte und so sieht es dann aus das castle greyskull das heißt die vorderansicht die haben wir schon komplett fertig sieht echt gut aus gefällt mir sehr sehr gut und dann nochmal umdrehen und so sieht dann die ansicht von hinten aus kann sich sehen lassen würde ich mal sagen und damit wäre auch dieser bauabschnitt hier beendet wir sind auf seite 105 gelandet ich blättere mal um da haben wir noch mal ja so ein kleines artwork kennen wir ja schon wo sie sich da reinschleichen durch die geheimtür ja das hier ist halt ein bisschen schade dass dieses ding hier nicht richtig halten will also da muss ich echt noch mal gucken ob ich da noch mal was ändern kann aber egal es geht weiter mit dem bauabschnitt nummer 4 da bauen wir hier nochmal eine größere sektion auch mit so einem technikpult drin und hier eine anzeige schauen wir doch einfach mal weiter geht es dann hier mit den tüten 35 und 36 das haben uns die letzten beiden tüten gegeben wir haben wir ganz fleißig gemauert und einen raum gebaut sieht ganz interessant aus hier haben wir auch einiges an diesen grundplatten jetzt hier verbaut von diesen ganz langen könnt ihr sehen da haben wir also eine ordentliche fläche hochgezogen und dann in bekannter manier unsere mauern hier hochgemauert ganz cool sind noch hier diese schrägen von dem eingang die hier so gebaut wurden die sehen echt schick aus dann hier ein schöner rundbogen mit eingang und mehr haben wir noch nicht mehr gibt es da noch nicht zu sagen deswegen geht es weiter mit tüte 37 und tüte 38 und dann schauen wir mal wie weit wir hier noch kommen in unserem räumchen ich habe die kiste leer gemacht also unsere box nummer drei ist nur auch komplett leer die letzten drei tüten die habe ich direkt noch hier am stück verbaut und da steht unser ergebnis davon und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an wir starten außen denn das hat sich wieder sehr schön entwickelt hier außen ist natürlich auch nicht ganz fertig kann man hier sehen hier durch die ganzen noppen die hier außen angebracht wurden die werden wahrscheinlich auch schön mit fliesen verkleidet gehe ich mal von aus hier kann man schon mal anfangen schönes kleines fensterchen mit ja mit so einem schönen kleinen rund ornament hier unten dran sieht sehr nett aus dann haben wir auch hier wieder so ein paar kleine dreiecks fenster reingebaut hier unten der rundbogen eingang den habt ihr ja bereits gesehen und hier oben ja da geht es relativ unspektakulär weiter gehen wir mal hier auf die seite auch da haben wir wieder ein kleines fensterchen mit so einer dreiecksform oben eingebaut die variation hier mit den rundsteinen und den andersfarbigen grünen steinen lockert wie immer das ganze hier optisch ein bisschen auf alles schön und ja so sieht es von innen aus hier unten da ist nix los aber hier oben dort haben wir ein schaltpult hingebaut dass man auch hier so vorklappen kann und dann hat man da hinten dran noch ein bisschen platz vielleicht irgendwas reinzulegen was zu verstecken keine ahnung wofür auf jeden fall man kann es hier über diesen kleinen hinge wo das hier so angebaut wurde hier unten kann man das ding vorklappen und oben drüber dort hängt eine sehr schöne große bedruckte fliese mit einem ja weltraum motiv dran und das kann man nicht bewegen das ist einfach da fest mit eingebaut sieht aber echt schön aus ein toller toller druck so und soweit sind wir jetzt hier gekommen ihr seht schon eine etage obendrauf die ist auch schon fertig da kommt aber noch was aber ich muss euch jetzt mal hier was zeigen das habt ihr vielleicht noch nie gesehen ja schaut euch mal den prügel hier an also das ist doch mal ein ernsthafter stein den megakonstrux hier und hier rein gepackt hat ein zweimal 16 also ein zweimal 16er stein das ist ein echt ernsthafter prügelfreunde und der wird hier benutzt um hier ja hier unten die verstrebungen der etagen zu bauen ihr seht einmal ist er hier eingebaut und nochmal dann hier oben und den drückt man dann unter die fliesen drunter also ihr nehmt dann hier so eine keine fliese eine platte jetzt holt dann so eine platte oder wird der prügel hier drauf gelegt oder muss er ja da festgedrückt werden und da das kann ich euch sagen da brauchen ein bisschen kraft für also das ist echt ein ernsthafter stein aber cool cooler stein also sowas gibt es von lego glaube ich nicht habe ich noch nie gesehen so ein riesen teil und das riesen teil war übrigens mal wieder in der ja unnummerierten tüte drin gewesen da habe ich ja noch ein paar teilchen drin die werde ich wohl auch noch brauchen außerdem habe ich im bauabschnitt auch noch hier diese teile gebraucht aus der tüte die wurden dort auch noch verwendet also da muss man doch immer mal wieder drauf zurückgreifen so ein paar teilchen kleinteile haben wir übrig hier wie immer ab in die ersatzteil kiste und dann machen wir doch gleich mal weiter wir sind auf seite 380 gelandet weiter geht es mit tüte 42 43 nick quatsch keine seite 380 bauabschnitt 380 seite 130 und dann wird jetzt hier noch der obere stock weiter gebaut und dann sind wir mit diesem abschnitt auch schon bald fertig aber dafür brauche ich jetzt erstmal kiste nummer vier das wird schon die letzte kiste oh man und schon wieder sind zwei tüten weggebaut mein gott das geht jetzt hier so schnell ich will noch gar nicht dass ich fertig werde das hier ist alles was noch übrig ist die box nummer vier mit den paar teilen drin und dann ist das castle greyskull leider schon fertig schade also aber egal wir sind ja noch nicht fertig ich zeige euch mal was ich hier gebaut habe mit den beiden tüten das ist zum einen haben wir hier natürlich wieder ein bisschen hoch gemauert dann hier diese verzierungen und diese kleinen details hier mit den ganzen fliesen mit den schräg fliesen angebracht genau das gleiche dann hier oben alles schön verfließt hier vorne nochmal ein bisschen verfließt und hier nochmal ein bisschen verfließt hier bei diesem fensterchen haben wir oben hier so ja den abschluss angebracht aber ich glaube da kommt bestimmt auch noch was dran dann hier sehr schön rechts und links mit diesen schräg fliesen wie das hier gelöst wurde also die haben sich echt gedanken gemacht hätte man ja auch mit so einer einmal dreier fliese lösen können aber so sieht es doch sehr viel ja steingebauter aus und dann hier unten das abgerundete das haben wir dann auch noch ein bisschen ausgebaut sieht auch echt cool aus also von den ganzen details die hier angebaut wurden ist das echt eine feine feine sache genauso wie hier und das zeige ich euch nochmal denn das ist ein ganzes einzelteil das hier gebaut wurde das sieht nämlich so aus wurde gebaut mit solchen schrägsteinen und so einer platte drunter und dann oben drüber wieder mit allerlei fliesen verziert ihr seht in allen möglichen farben die achteckigen die abgeschrägten und so weiter und so fort also echt cool und dann wird es einfach hier an die seite dran geklatscht hier an die noppen die wir dort früher schon gebaut haben genau das gleiche nein nicht genau das gleiche aber so ähnlich hier denn wir haben rechts und links ganz unterschiedliche muster die hier gebaut wurden also nicht einfach eins zu eins kopiert hier ist alles individuell und damit es noch ein bisschen individueller wird bauen wir auch gleich weiter hier sind noch mal die übrig gebliebenen teile aus diesem bauabschnitt ab in die tüte damit und weiter geht es mit tüte 44 45 46 hier unten aus der box nummer 4 und dann schauen wir mal was jetzt hier als nächstes kommt das wird nämlich das dach werden und ich glaube das wird hier eine richtig interessante Sache wie hier das dach auf diesen ärger aufgesetzt wird und vor allem die optik aber ob das gut zu bauen wird ich weiß ja nicht sieht toll aus ist aber nicht toll zu bauen also das dach hier vom ärger hier also ihr seht schon wie es hier gebaut wurde mit ganz ganz vielen von diesen schrägfliesen in braun und übereinander geschachtelt und gesteckt und gemacht und ja die optik die ist 1a da kann man nicht meckern aber das bauen das ist naja sagen wir mal so semi interessant ihr seht schon wie das hier gebaut wird da werden die aufgesteckt 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 das auf verschiedenen längeren platten dann übereinander gesteckt und wieder aufgesteckt 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 und ups da geht die anleitung schon flöten so und dann geht es ebenso weiter und wird immer weiter übereinander gesteckt also hier haben wir eine schicht gebaut drüber gesteckt über die schicht drüber gesteckt über die schicht drüber gesteckt also ihr seht schon anhand wie ich das erzähle das ist halt relativ wiederholend aber die optik die entschädigt dafür absolut das sieht toll aus also zieht echt toll aus nach einem richtig schönen dach somit ja stroh fast ne es ist kein stroh aber mit solchen alten schindeln dort eingedeckt sieht echt gut aus klasse so also das hätten wir auf jeden fall geschafft das war das ja repetitivste bauen hier auf jeden fall würde ich mal sagen und dann geht es jetzt hier weiter mit jörn und paar türeingängen fensterchen und keine ahnung schauen wir mal wir bauen einfach noch ein bisschen weiter bauabschnitt beendet das ist übrig geblieben und so sieht unser ergebnis aus jawohl sogar ein play feature habe ich eben noch gebaut aber das zeige ich euch gleich noch das ist hier unten und hier oben haben wir noch mal ja ein paar fenster gebaut und das was hier beim original castle greyskull der tragegriff war das ist das ding hier und ich bin mal mutig ja ich kann sogar hier hochheben aber nur das einzelne segment also später wenn das ganze castle zusammen ist dann ist das hier nichts mehr zum hochheben dann ist das nur noch für ja deko oder als reminiscenz an das original set so so sieht es von hinten aus also da wurde noch nichts großartig jetzt reingebaut hier auch unten ist alles noch leer da hat sich gar nichts verändert wir haben nur an der optik und an der front weiter gebaut und zwar zum beispiel hier oben diesen schönen abschluss den haben wir noch dran geklippt und ja das dach habe ich euch schon gezeigt dann der bereich und was mir hier echt gut gefällt mit diesen ganzen schrägfliesen wie diese ganzen details hier angebracht werden das ist ein bisschen fummelig zu bauen aber das ist im endeffekt von der optik her eine super sache toll gelöst und gibt dem ganzen so ja das gewisse etwas dass man gerne immer wieder hinschaut ja und wie gesagt hier unten haben wir das play feature das ist nämlich eine tür die man eintreten kann jawohl und die kann man dann immer wieder aufstellen die ist hier unten nur an so zwei noppen von so zwei jumper plates befestigt und dann hier ja ganz normal mit den steinen gebaut wie wir sie schon kennen und dann muss man einfach nur mal hier rein fummeln ja gar nicht so einfach mit einer hand so ein bisschen fest gedrückt und dann kann man hier die als böse dann hier ja die wand eintreten bämm so super play feature und damit beenden wir auch diesen bauabschnitt auf der nächsten seite gibt es dann schon wieder ein kleines artwork dort sehen wir eben genanntes play feature das ist wohl eher ach so man at arms hat hier beast man aus castle greyskull herausgeprügelt oder ist gleich die tür mit raus geflogen in die richtung kann es natürlich auch gehen so wir sind übrigens nur mal für den überblick hier bei bauabschnitt 401 geendet und auf seite 143 von ich habe es schon wieder vergessen wir schauen mal eben von 175 seiten und weiter geht es dann hier mit bauabschnitt 5 dort wird noch ein element gebaut mit dem aufzug in der mitte drin und den coolen coolen totenköpfen ja also wir können weiterhin gespannt sein ein bisschen ist ja noch da mit tüte 47 und tüte 48 geht es dann weiter das sind sie also die letzten drei tüten vom ganzen set man also wir sind fast fertig ich habe jetzt hier mal den ganzen turm hochgezogen und bekannte bautechniken wir kennen das ganze ja schon hier draußen die stein formationen die wie immer fantastisch aussehen hier am fuße des turmes dann hier unsere bekannte bautechnik mit rundsteinen einmal zwei an einmal zwei an in extra grün dann haben wir hier wieder ein sehr schönes fenster gebaut auch wieder hier mit den kleinen fliesen dann hier diese außensteine und die fensterbank angedeutet sehr schön und hier oben dann der abschluss mit diesen holzelementen am turm sieht wie immer wunderbar fantastisch aus also das haben sie hier so gut hinbekommen von mega blocks diese bautechnik und diese optik hier von der burg immer wieder sehr sehr schön aber viel kann ich eben hier nichts neues zu sagen innen drin sieht so aus also hier unten haben wir zwei kleine zweimal zweier mit solchen haken drin einer planke die hier quer rüber geht hier unten auch so ein paar holzplanken und dann hier diese verstrebungen oder diese ja diese balken die hier so einmal rund umgehen und hier kommt jetzt nachher noch der aufzug rein ja genau deswegen sind hier schon diese verstrebungen und der haken denn hiermit bauen wir jetzt noch den aufzug fertig dann wird er hier eingesetzt und dann müssen wir nur noch alles zusammenfügen würde ich sagen und dann sind wir leider schon fertig also ich würde ja gerne noch länger bauen so 10.000 teile das wäre doch mal was aber wäre wahrscheinlich unbezahlbar egal wir bauen mal weiter tüte 52 53 54 54 und dann sind wir schon auf seite 163 bauabschnitt 400 und 59 so end sport hier haben wir nur das merkwürdige aufzugsgebilde gebaut alles schön in gelb genau wie beim original set und ja auch hier diese langen elemente die wir sind aus ja aus so länglichen platten hier zusammen gesteckt ihr seht ganz ganz viele teile und ganz hier oben haben wir ja die totenköpfe die goldenen totenköpfe die waren glaube ich auch schon mal in den terminator sets hier bei mega constructs mit dabei oder was noch mega blocks auf jeden fall das sind genau die gleichen köpfe wie sie dort auf diesen minifiguren drauf sind nur hier mal richtig in gold und ich finde schaut mal her die sehen schon ganz cool aus oder hat was doch hat absolut was so dann haben wir hier unser ja unseren eigentlichen aufzug den man hier hoch und runter fahren lassen kann und hier gibt es noch eine interessante bautechnik oder wie das bewerkstelligt wird dass der hier drin ist jetzt weiß ich gar nicht mehr ob ich euch das irgendwie zeigen kann denn wir haben hier hier sieht man es noch ein klein wenig dieses rote teil das ist ein federelement und zwar ist das hier dieses teilchen hier zwei rote stecker und dazwischen ist eine spiralfeder und ja die drückt man hier so ein bisschen nach unten also hier ein bisschen nach unten in die richtung und dann wird hier dieses teil also man kann es hier sehen ich kann hier noch ein bisschen ach das vermutlich sagt jetzt hier seht ihr es hier kann ich ein bisschen ein federn ja dann wird hier das lange teil hier durch gesteckt und dadurch dass hier der federdruck immer so dagegen geht ist das ding dann stabil man konnte also so verschieben und dann hält es dann auch fest so also so viel lang und umständlich jetzt genug erklärt zum aufzug jetzt bauen wir den aufzug mal hier in unser türmchen ein und das wird ganz einfach gemacht so wie ich das gesehen habe wir haben hier unten diese beiden stücke und die kommen einfach hier unten in die klemmen rein und das soll es dann schon gewesen sein also schauen wir doch mal einfach hier durch stecken dann sind wir hier unten und ich drücke mal durch klack 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 so fertig eingebaut ist das ist der fahrstuhl und den kann man dann hier manuell auf die verschiedenen etagen dann einfach hoch schieben und auch wieder runter schieben und wie gesagt durch diese federspannung hält er dann auch okay ja sehr einfach aber doch effektiv wir haben hier übrigens noch so ein paar interessante steinchen dran hier diese gelben mit der musterung einmal hier dieser schräge dort kann man es glaube ich ganz gut sehen und einmal noch den unten drunter ja was das jetzt sein soll irgendein schaltpult wahrscheinlich ist ganz nett auf jeden fall wäre dann hier unser türmchen weitestgehend fertig würde ich mal sagen schauen wir mal was hier noch kommt seite 165 wir blättern um und ja also da fehlt noch ein dach wir bauen jetzt hier noch mal ein dach zusammen denn hier sind auch noch massig teile über und zwar alles braune oder so gut wie alles braune teile also wird hier noch eine dach konstruktion gebaut nach genau wie vorhin schon also das wird hier wieder eine arge fummelei werden und dann die blätter und schrick mal kurz vor ja kommt das dach noch auf den turm und dann kann hier ja die große große finale hochzeit gefeiert werden dann wird hier alles zusammengebaut das meine freunde sind die drei letzten teile die hier in diesem set verbaut werden von den über 3500 teilen ja aber die schiebe ich noch mal kurz zur seite denn wir schauen uns erst noch mal hier unser endergebnis von dem letzten türmchen an hier das habt ihr ja schon alles gesehen aber ich habe jetzt hier nochmal das dach gebaut und das ist durchaus ich sag mal eine richtige viertel arbeit und erst mal die befestigung schaut euch die mal an wir haben hier und auch hier ich gehe mal ein bisschen näher ran dort könnt ihr das sehen jeweils eine jumper plate sitzen und dort wurde einfach so ein stift reingesteckt der dann auch hier oben in das dach reingeht und an diesen zwei stiften hält das ganze dach hier wahnsinn oder das ist mal eine konstruktion natürlich das ganze hat auch wieder hier gelenke so dass es hier in diese rundform reingebracht werden kann und schaut euch dieses optische ergebnis mal an geil oder es sieht richtig toll aus macht aber keinen spaß wenn man es braucht also da hat man mal wieder die pein beim bauen und den aha effekt wenn es dann fertig ist also diese dach konstruktion hier da werden ich habe nicht mitgezählt aber massig massig von diesen kleinen schrägfliesen hier verbaut bis zur absoluten vergasung immer zwei unterschiedliche dann muss man auch schauen wie man die richtig dran baut aber sieht schon cool aus doch muss ich sagen sieht schon richtig cool aus so wir sind aber jetzt so gut wie am ende das heißt ich werde jetzt hier noch mal die letzten drei teile verbauen schnapp mir da hinten mal die anderen teile vom castle greyskull und dann wird hier alles zusammengefügt und wir schauen uns das finale ergebnis an und fertig ist unser castle greyskull tolles ding ich muss echt sagen jetzt wo man alles mal zusammengefügt hat das ist ein beeindruckendes set und es hat unheimlich viel spaß gemacht ist zu bauen zu schauen wie es wächst und welche tollen möglichkeiten hier umgesetzt wurden also ich bin hin und weg und begeistert freunde aber jetzt schauen wir uns das ganze set hier mal gemeinsam an im detail und ihr seht ich drehe schon mal hier ich finde die außen ansicht schon mal äußerst gelungen natürlich die front sieht super aus die bautechniken und sie haben auch dieses ganze ja die ganze optik hier vom original z sehr schön übertragen in die klemm baustein welt und es macht einiges her wenn ich jetzt hier mal zur seite drehe haben wir hier insgesamt 1 2 3 und 4 scharniere mit denen wir das ding hier aufklappen können machen wir gleich da noch mal und die ganzen einzelnen seiten die habt ihr ja bereits gesehen ihr wisst ja wie das hier aussieht aber so im gesamten es ist einfach ein beeindruckendes set klar ist auch nicht so günstig 250 euro das ist schon mal ein klopper aber dafür kriegt man hier auch einiges geboten also wer spaß daran hat wer die masters of the universe noch aus seinen kindheitstagen her kennt ja freunde greift zu baut das ding zusammen 3500 teile ein riesen spaß und vor allem auch tolles set um es dann hinterher irgendwo hinzustellen und ich stelle es jetzt auch mal hier hin ich nehme es dafür mal vom drehteller runter ihr seht wir können das auch schön hier hochheben das ist sehr sehr stabil alles und dann stelle ich es mal hier hin der drehteller kommt mal rüber und wir klappen das gerät oder das set einfach mal auf einmal hier aufgeklappt und dann können wir es so öffnen weiter auf geht's nicht also wir haben hier den 90 grad winkel und hier ist auch genug platz um die ganzen kleinen zusatz teilchen drin zu verstauen die man hier noch so gebaut hat hier das waffen rack und hier wo die ganzen waffen noch drauf kommen und hier die leiter die man dann irgendwo hier hinstellen kann also man bekommt hier alles wirklich gut untergebracht und jetzt kommt mal näher wir schauen uns alles noch mal im detail an und wir beginnen einfach mal ganz hier oben hier ist die fahne angebracht die man ja drehen kann dass man hier sieht entweder ja die guten oder die bösen sind gerade in der burg an der macht die ist hier ganz oben dann haben wir die ganzen burg zinnen gehen wir etwas weiter runter ich habe mir mal die source was hingestellt hinter ihr finden wir dann den sagen umwobenen orb also die quelle der kraft von greyskull das können wir natürlich auch hier mit der tür dann zu machen die source stelle ich einfach mal wieder davor direkt daneben da ist sie abgeschmiert egal also direkt daneben haben wir noch mal soa den adler in den sich die source was hier verwandeln kann ihr seht schon das federkleid der beiden das sieht nicht aus versehen so aus so ähnlich das ist so gewollt so stelle ich mal dahin dann haben wir hier noch mal die laser kanone mit der habe ich ein problem gehabt und zwar hat die hier nicht richtig eingerastet und normalerweise kann man die dann hier auch drehen aber ich habe die jetzt hier einfach mal mit zwei einmal zweier steinchen fixiert damit das nicht immer so hin und her kippelt das einzige wo ich jetzt ein kleines problemchen hatte man kann aber hier die neigung von der laserwaffe noch verändern und da kann man sich ja natürlich wunderbar drauf stellen und hier die bösen die hier einmarschieren wollen dann von oben schon mal ein bisschen abknallen gehen wir mal eine etage tiefer dann kommen wir in diesen raum dort haben wir ein fenster dann hier diesen aufgedruckten spacesuit und diese kleine konsole und vor allem haben wir dort auch noch hier die falltür und die falltür die wird ja dann hier durch den thron ausgelöst den man ja verschieben kann und dann öffnet sich die falltür und man landet direkt eine etage tiefer aber da schauen wir gleich noch mal hin den drohen den mache ich mal hier in die mitte das haben wir auch noch mal die zwei flaggen hinten dran hängen der ist auch schön gestaltet rutscht hier wunderbar über die beiden fliesen drüber schöne sache nebendran habe ich mal hier unseren skelette einfach hingestellt in diese räumlichkeit und wir gehen noch mal eine etage tiefer und landen dann im gefängnis dort haben wir hier den coolen totenkopf wir können natürlich hier die tür zum gefängnis öffnen haben dort diese mein gott hier alles durch die gegend das ganze zubehör wir haben natürlich da auch hier diese kette die da so schön runter baumelt und diese ja dämonen arme dort am boden was auch immer genau die darstellen sollen dann ein zweiter dort sehen wir die falltür einmal von innen und wir haben hier noch mal unser trainingsgerät wo man dann eben schon mal das kämpfen etwas trainieren kann hier neben dran habe ich auch noch das zauberschwert liegen von hemen das brauchen wir gleich noch also wenn wir schon mal hier im erdgeschoss sind das ist noch mal unser waffen ständer mit ächsten speeren laser kanonen schild und keule und hier noch einem laser gewehr lässt sich alles gut hinstellen erinnert sehr stark an das originalspiel set und dann haben wir noch den zweiten waffen ständer auch dort haben wir noch mal zwei laser pistolen drauf so einen schönen bronze schild eine bronze axt und noch mal eine bronze keule sieht alles sehr schön aus vor allem die branche die sieht richtig cool aus wenn ich mir die mal hier so vom namen betrachte und dann haben wir natürlich hier zu guter letzt noch mal unsere leiter die wir dann hier irgendwie dran stellen können um da dran hoch zu klettern so wir bleiben im erdgeschoss ich mache mal hier noch mal die tür zu dort sehen wir einmal man at arms und beast man die habe ich da hingestellt im beast man ist hier gerade schon die peitsche runter geflogen und hinten dran ist dann natürlich auch hier die tür oder nächstes keine tür die wand die dann verschwinden kann das heißt wenn man dort irgendwie dagegen schlägt dann fliegt da hinten die wand raus und man hat sie dann liegen das ist also eins der play features die es hier gibt in dem set und das nächste ist direkt hier nebendran nämlich ja der aufzug moment die sorceress ne die sorceress ach ich verwechsel das ständig das ist wie heißt sie denn noch ich habe ihren namen schon wieder vergessen egal sie steht auf jeden fall hier drauf und mit ihr kann ich dann hier schon mal den fahrstuhl ein bisschen zeigen den kann man einfach hoch und runter drücken so und beim fahrstuhl sind wir jetzt schon eine etage höher gefahren dort finden wir noch mal dieses pult oben mit der bedruckten fliese die das weltall zeigt und das pult können wir hier auch nach vorne nehmen also umklappen und haben dann dahinter noch einen kleinen geheimraum wo man irgendwas verstauen kann gehen wir noch eine etage höher dort finden wir nichts außer hier den angedeuteten tragegriff und ganz hier oben natürlich noch mal die beiden goldenen totenköpfe am ende des fahrstuhls tja und so sieht das ganze teil jetzt hier von innen aus aber doch eine sache habe ich noch vergessen hier bei skeletal ihr seht ihr an der seite dort gibt es ja noch die geheimtür das ist diese hier die kann man dann auch noch öffnen und jemand ist ja schon unterwegs und will sich da rein schleichen und ich denke mal dann geht es hier dem guten blauen da hinten gleich an den kragen so klappen wir das ganze noch mal zu wie gesagt die ganzen zubehörteile bekommt man gut hier im castle greyskull unter beim zuklappen haben wir unten einmal diesen mechanismus hier den haken der hier rein greift und dann macht das einmal klack und schon ist das stabil und solide geschlossen das ganze und wir können auf die vorderseite gehen denn da brauche ich jetzt noch mal hier das zauber schwert denn das zauber schwert kann hier rein gesteckt werden und wenn ich das mache dann ja dann geht hier vorne die falltür auf und wir können ins castle greyskull reingehen da hinten steht schon beast man wieder rum ok tür noch mal zu die hält auch schön dann haben wir die ganz tollen gekreuzten schwerter auf der vorderseite dann hier dieser schild und hier diese beplankung sieht klasse aus natürlich hier der komplette blick auf den toten kopfschädel von castle greyskull sieht mega toll aus die ganzen zähne die hier gebaut wurden so dass man das hier alles ein bisschen einstellen kann an den kugelgelenken dran die augenhöhlen da sind schwarze steine drin damit wir auch richtig eine coole böse optik hinbekommen und dann hier oben die krone die auch wie ganz viel hier mit diesen kleinen verzierten fliesen alles zum abschluss gebracht wurde ganz schöne tolle details und ein fantastisches set freunde ich sage es euch also ich habe schon lange nicht mehr so viel freude gehabt wie mit diesem set hier das bauen hat mir unglaublich viel spaß gemacht außer hier das dach das hat keinen spaß gemacht aber sieht dafür im endeffekt umso schöner aus genauso wie hier oben diese dieses rund dach dieses halb runde dach am ende des turms ein super set freunde eine super tolle set ich verlinke euch das natürlich hier unten in der video beschreibung dort könnt ihr das gerne selbst kaufen gibt es bei amazon ganz unkompliziert und macht riesen spaß ähnlich viel spaß hatte ich wohl nur da hinten mit der enterprise die war auch richtig toll und natürlich hier oben mit dem millennium falcon also ich kann es euch echt nur empfehlen für 250 euro ja ein bisschen kleingeld braucht man dafür aber es lohnt sich es lohnt sich wirklich hier habe ich noch mal den windrider das erste set das ich hier aus der masters of the universe serie von mega constructs hatte und ich hoffe ja da kommt noch mehr aber ich weiß da kommt noch mehr kleinere sets sind da noch in vorbereitung mit roton und ja battle cat kommt noch dazu und 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 ich hoffe sehr ich drücke die mountain bekommen als gegenset hier zum castle greyskull snake mountain ist ja hier ja die unterkunft die burg hier von unserem skeleton und wenn die kommt ich sage es euch das wird noch größer das wird noch ein bisschen größer wie hier unser castle werden so freunde das wäre es gewesen ich habe euch alles gezeigt wir haben ausführliche schritt für schritt zusammen gebaut ich hoffe ihr hattet auch viel freude dran genauso wie ich und wir sehen uns beim nächsten mal hier bei me apple cat macht's gut